Hallo und herzlich willkommen bei KUKO. Ihr sucht nach einem passenden Außenabzieher? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Kein Abziehvorgang gleich dem anderen, wie ihr wisst. Und das ist auch der Grund, warum wir so unterschiedliche Abzieher anbieten. Bei KUKO findet ihr neben den modularen Abziehern auch Spezialabzieher. Starten wir einmal mit den modularen Abziehern. Völlig egal, ob Kugellager, Riemenscheibe oder Zahnrad. Mit nur einem Universalabzieher bekommt ihr fast jedes Bauteil gelöst. Das nenne ich effektiv. Unsere Außenabzieher sind wahre Multitalente. Ihr könnt damit jedes Bauteil greifen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ganz einfach. Ihr benötigt ein Upgrade für euren Abzieher? Gar kein Problem. Mit dem modularen Baukastensystem könnt ihr euch euren individuellen Abzieher zusammenbauen. Wir liefern das passende Zubehör, damit ihr euren Abzieher an jede Situation anpassen könnt. Vom Austausch der Haken bis zur Erweiterung der Spanntiefe, da ist eben alles möglich. Damit ihr auf jeder Oberfläche sicher und effektiv arbeiten könnt, haben wir spezielle Wechseldruckstücke im Sortiment. Einfach Spitze. Durch einfaches Umdrehen der Haken wird aus einem Außenabzieher ein Innenauszieher. Zwei Abzieher in einem. Hm, wie praktisch. Ah, ihr braucht mehr Power beim Abziehen? Nichts leichter als das. Unsere Hydraulikspindeln lösen selbst besonders festsitzende Teile. Bei genügend Freiraum, um das abzuziehende Teil, empfehlen wir immer einen 3-Arming Abzieher. Dies bietet euch eine optimale Lastverteilung und noch besseren Halt. Natürlich haben wir auch Spezialabzieher, die für individuelle Anwendungen einsetzbar sind. Hier zum Beispiel. Ein Abzieher mit seitlicher Spannzwinge zum fixieren der Haken. Übrigens, mein Allround-Tipp. Für einen universal einsetzbaren Abzieher sind die 20er und 30er Serie. ein Abzieher. zu ING